herzlich willkommen leute zu einer neuen folge angeln maximal ich bin unterwegs mit tommy tommy übrigens bester man ja ich muss sagen aktuell ist das fahren bei mir naja ich sollte es lieber sein lassen gerade ist besser jetzt bin ich aber darauf angewiesen mein boot abzuholen mein neues wunderschönes boot wir haben hinten das andere boot dran was jetzt verkauft wird ich weiß nicht wenn das video rauskommt vielleicht hat es schon jemand gekauft gab schon ein paar leute die jetzt vorbeikommen wollen und sich angucken aber ja falls dann noch jemand interesse hat und es noch da sein sollte packe ich euch auf jeden fall unten mal den link von ebay rein den kleinen anzeigen link könnt ihr euch das wunderschöne fury inklusive gute mojo könnt ihr euch theoretisch dann bei bootsport griff angucken und auch kaufen ich krieg jetzt neues was das sein wird werdet ihr gleich sehen wie gesagt tommy bester mann alle mal unten in die kommentare schreiben wirklich tommy bester mann weil ohne tommy hätte ich richtig alt ausgesehen ich fahr nächste woche schon diese woche diese woche ende der woche heute ist dienstag und freitag fahr ich nach norwegen und wir holen jetzt dienstag auf mittwoch das neue boot ab da hätte ich ganz schön alt ausgesehen wenn wir also wenn tommy nicht eingesprungen wäre und mitgefahren wäre deswegen wie gesagt tommy bester mann und dann wird es auch dieses video jetzt gar nicht geben wenn tommy nicht mitgefahren wäre dann hätte das auch eine ganze weile gedauert alles mindestens zwei monate wir sind jetzt wie gesagt unterwegs auf der strecke gerade richtung frankfurt und es ist sowas von heiß wäre 38,5 grad aktuell hier draußen mit die heißesten tage des jahres aber genau dann ist natürlich ganz gut in einem klimatisierten auto zu sitzen und nachher in einem klimatisierten hotel also gar nicht so schlecht ausgewählt den zeitpunkt wir haben jetzt noch ein bisschen strecke wenn wir da sind mache ich die kamera nochmal an ansonsten sehen wir uns morgen zur abgabe des neuen boots so da sind wir jetzt werde ich mich wohl schmerzlich von meinem lieben piri verabschieden müssen also leute wir haben mit dem boot habe ich den größten zander also nicht ich habe den gefangen aber ich habe den größten zander überhaupt jemals gesehen auf diesem boot von eric grüße dann haben wir hat joschi zweimal sein pb auf dem boot geknackt ich habe wir haben ihn zwar nicht gewogen aber ziemlich sicher mein gewichts pb geknackt was barsch angeht wir haben damit schon einfach in der nordsee vor rotterdam auf wolfsbarsch geangelt wir haben mit dem boot weil sich im fluss in holland geangelt wir haben mit dem boot wir waren auf der oder wir waren auf den krassesten sehen in brandenburg überall wir waren auf bodden überall wir haben richtig fette barsche und bodden mit dem boot gefangen zander hechte wir haben seerekord zweimal ne bestimmt nicht an dem wir haben zwei meter hechte an einem tag aus dem see geballert wo man sonst sehr selten man mit echt fängt und den seerekord bisher habe ich da noch nichts größeres gehört auch keiner der da so angelt also das boot hat richtig mojo das hat richtig das ist vollgepackt mit guten angel energien und jetzt muss es weg da muss ich das neue erst mal beweisen ob es so viel drauf hat wie das liebe furie leute 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 ist das heiß wir haben echt schon 32 grad jetzt auf dem frühen morgen wir waren im hotel sind jetzt auf dem weg wieder zu zu bootsport greff und ich durfte natürlich gestern schon mal einen kurzen blick erhaschen auf mein neues schönes boot und also ich war mehr als begeistert ich habe es vorher noch nicht live gesehen aber es war es war noch eingepackt und es war noch nicht fertig und die letzten arbeiten wurden heute morgen vorgenommen jetzt bin ich so gespannt wie das boot fertig aus ich glaube tommy du bist nicht so der gesprächige du hast doch kein wort gesagt ja tommy quatsch mir die ganze zeit ein knapp an die backe und jetzt wenn er wenn die kamera kurz mal angeht das still jetzt auch ganz rot geworden gerade oder ist das nur die brille da ist ganz rot geworden der mann also wir fahren jetzt dahin und dann zeige ich euch das schöne boot und dann fahren wir nachher auf jeden fall noch mal kurz testen auf dem fluss und hoffen dass die slippe funktioniert weil könnte sein dass da so wenig wasser ist aber wir gucken mal irgendwo werden wir es heute auf jeden fall noch reinschmeißen denn bevor ich damit nach norwegen fahre muss ich wenigstens ein einziges mal hier irgendwo angetestet haben nicht dass ich das ding mit nach oben schleppe und dann merke ich da wenn ich wir haben den motor vergessen hinter mir seht ihr sie wieder die heiligen hallen gestern abend schon mein fury hergebracht und jetzt wird das neue mitgenommen ich hab so bock auf das neue boot Es wird ja auch schon sein auf jeden fall wir sind immer wieder wir sind wir wir haben wir sind wir Es ist endlich soweit, ich habe das Boot jetzt schon gesehen, aber noch nicht vollständig ausgepackt. Schwenken wird einmal rüber. Ich habe die große Ehre, es selber das allererste Mal auszupacken. Also das Boot hat noch kein Sonnenlicht gesehen. Es hat in Deutschland noch kein Sonnenlicht gesehen, oder? Nein. Dann darf ich es euch präsentieren. Leute, da ist es. Ein wunderschönes, komplett schwarzes Angler 1650 von der Firma Lund. Komplett mit Garmin Technik, alles was das Herz begehrt. Das ist nicht nur aufgerissen wie ein Vest-Paket, das ist auch wirklich ein Vest-Paket. Da ist es. 50 PS Mercury Außenborder mit der Pinne. Ganz wichtig für mich, um möglichst viel Platz im Boot zu haben. Und mit einer richtig, richtig geilen Pinne sogar. Was die alles drauf hat, die hat eine Heizung im Handgriff. Die hat einen Trolling-Mode, sodass du die Geschwindigkeit beim Schleppen extrem genau einstellen kannst. Die hat hier so ein digitales Display drin. Hammerpinne. Hammer-Motor haben wir vorhin schon mal angelassen. Läuft sauber, zumindest so lange wie er noch nicht im Wasser war. Probefahrt werden wir natürlich machen. Drauf haben wir Garmin Geräte. Da ist schon der Deckel ab. Oder beziehungsweise noch nicht richtig drauf gewesen. Einmal ein 12-Zoll-GPS-Map. Vorne haben wir ein 9-Zoll-GPS-Map. Vorne als Bugmotor den Garmin Force. Richtig geiles Teil. Alles über Bluetooth und was verknüpft. Ihr habt ein Fußpedal zum Steuern. Ihr habt eine Fernbedienung zum Steuern. Die Fernbedienung liegt da hinten. Der Trailer ist auch der absolute Hammer. Da bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen. Wir haben ein abschließbares Fach für alle möglichen Gurte und Zubehörteile. Rad kommt noch. Radfahrt nicht die Körper kommt aber noch. Wir haben Trittbretter. Wir haben hier unten die Trittbretter, um richtig geil zu slippen. Wir haben da hinten die Sliphilfe, dass du einfach nur noch rauf fahren musst. Ganz easy kannst du auch hier über die Dinger raufklettern aufs Boot. Hinten Bootbuckles dran vorne ein Automatik Spanngurt, um hier ganz entspannt das Ding zu lösen. Und auch wieder festzuziehen. Du musst nichts mehr hinten irgendwie mit Lichtern umstellen, umstöpseln, weiß der Geier. Du hast einfach die Leisten, die so dranbleiben, rollst ins Wasser rein und sind komplett wasserdicht. Fährst wieder rauf. Nichts irgendwie rummachen. Das geht so schnell jetzt mit dem Boot zu slippen. Es ging vorher schon zu schnell mit den Sachen, die ich dran hatte. Aber damit geht es jetzt wirklich richtig schnell. Absolut hervorragend. Aber, um euch das Ganze nochmal richtig geil zu zeigen, werden wir ans Wasser fahren damit. Und da könnt ihr noch mal einen besseren Eindruck bekommen von diesem super, super schönen neuen Boot. Wir hatten ja gesagt, wir machen noch eine kleine Probefahrt und sehen uns dann am Wasser wieder. Da sind wir. Hat ein bisschen länger gedauert, hier hin zu kommen. Ja, wir sind in Norwegen. Und die Probefahrt hat das Boot gerade gemeistert. Und zwar einfach mal auf dem fucking Atlantik. Und die ersten Fische waren nicht irgendwie Barsch oder Zander, sondern Seelachs und Pollack. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem noch das Boot vorstellen. Neulich, als wir das Boot abgeholt haben, wir sind wirklich, ey, das war alles ein Stress. Also das Boot ist angekommen, ja. Dann haben die zwei Gref, die Monteure, also Thomas und Christopher, haben das Ding zusammengeschraubt. Und Simon, ja, nicht zu vergessen, haben das Ding zusammengeschraubt. Und ich habe es abgeholt und wir sind wirklich, also es war fertig, wir haben es mitgenommen. Dann ja auch diese Affenhitze, die wir hatten, die heißesten Tage des Jahres. Wir haben es mitgenommen, dann hatte meine Freundin einen Tag Geburtstag. Den Tag war ich noch zu Hause und danach direkt, zack, weiter, frühmorgens los und hier nach Norwegen. Und da sind wir. Also es war wirklich ein bisschen hektisch alles und deswegen, wie gesagt, keine Zeit für eine Probefahrt gehabt. Und wir haben es einmal ganz kurz ins Wasser reingeschmissen, einfach nur zu gucken, ob alles läuft. Lief alles. Und jetzt sind wir hier und haben heute die erste richtige Jungfernfahrt in Anführungszeichen gemacht. Und jetzt gehen wir noch mal kurz rein ins Boot. Ich zeige euch noch mal von innen so ein paar Sachen. Wir haben vor allem nicht mehr diese Affenhitze, die wir neulich hatten, sondern es ist jetzt angenehmer geworden hier in Norwegen. Und da habe ich auch eher den Kopf, euch überhaupt was zu erzählen. Wir befinden uns hier jetzt im Westflügel des Bootes. Ich kann euch hier jetzt schon mal ein ganz kleines Minifazit geben. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Sorge, wie das wird hier in Norwegen, ob das mit der Bordhöhe und so, ob das passt. Und auch mit dem Fahren mit Pinne. Normalerweise hat man dann ja hier einen Steuerstand und es ist alles das erste Mal richtig mit dem Boot unterwegs. Und dann halt hier auf dem größten Gewässer, was es gibt, da habe ich so ein bisschen Sorge gehabt und dachte, na hoffentlich passt das alles. Aber es hat alles super gepasst. Wir sind heute den ganzen Tag rumgetuckert, immer mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer gefahren, um den Motor einzufahren. Haben am Ende jetzt auch schon einmal richtig Gas gegeben kurz. Nicht so lange, aber einmal sind wir schon mal ordentlich losgeballert. Wir haben jetzt fast einen Tank verfahren und man sagt, so drei Stunden muss der Motor ungefähr einlaufen. Und als er warme, wie gesagt, haben wir einmal Gas geben, sind auch direkt auch die 50 kmh, die ich mir so vorgestellt habe bekommen. Also schnell ist es, schnell kann es. Dann fangen wir mal an, wie es aufgebaut ist. Wir gehen jetzt nicht auf die Geräte ein, das machen wir nochmal extra. Also zum Beispiel, wir haben den Force Trolling Motor von Garmin, der viele geile Features hat. Erstens kann man ihn richtig schön einfach hier mit diesem Seilzug rein raus. Ich sage gerade, wir gehen nicht auf die Technik ein und dann fange ich an, die Technik zu erklären. Nee, aber es ist nur grob. Ganz richtig schön einfach rein raus. Ihr habt eine Fernbedienung mit der ihr Gestensteuerung, also ihr sagt, ihr wollt da hinfahren, dann fahrt ihr da hin. Ihr könnt auf einen Echolot, alles super, ist alles vernetzt. Auch über Bluetooth oder WLAN oder ich weiß nicht, irgendwie ist es vernetzt kabellos. Aber ihr könnt auf jeden Fall sagen, er soll jetzt da hinfahren mit der Fernbedienung in die Richtung zeigen und dann fährt er da hin. Ihr könnt auf ein Gerät einstellen, okay, den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt und dann fährt er diese Route ab. Also ihr könnt die Routen einstellen, die der Motor fahren soll. Ihr könnt die Geschwindigkeiten einstellen, ihr könnt alles machen. Also es ist ein Riesenhaufen Technik, wo ich selber erstmal mich noch ein bisschen mit reinfriemeln muss. Und dann gibt es da nochmal ein extra Video nur zur Technik. Da treffe ich mich auch nochmal mit einem der Garmin-Leute. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf. Ja, die Geräte sind GPS-Map, einmal ein 9er vorne und dann das 12er da hinten. Ein richtig schöner, fetter Bildschirm. Super klare Bilder haben wir gerade schon gesehen. Du hast auch hier in Norwegen damit hervorragend die Fische gefunden. Ich weiß, Erik oben am Nordkap, bei dem wir schon ein paar Mal waren, kennt er ja. Der hat auch jetzt Garmin-Geräte und ist auch mega happy damit. Also das für Norwegen funktioniert natürlich auch sehr gut. Dann haben wir hier unten noch die Steuerung drin. Hier ist die Persenning gerade in dem Staufach. Wir haben die Steuerung mit dem Fußpedal irgendwo. Habe ich euch neulich glaube ich auch schon gezeigt, Fußpedal. Ja wie gesagt, machen wir dann extra Video. Aber Fußpedal hat er, kann man super damit steuern. Habe ich neulich schon mal bei einem Kumpel gemacht. Das Ding ist auch kabellos. Das heißt, das könnt ihr euch überall, ich habe jetzt zwar ein Kabel dran, weil es darüber auch mit Strom versorgt wird und dann geladen wird. Aber ihr könnt das Teil theoretisch überall ins Boot stellen. und überall im Boot mit dem Fußpedal steuern. Wir haben viel Stauplatz, Staufächer hier vorne. Da habe ich erst ein bisschen, ich dachte immer so auf den Bildern, ich kannte ja mein Boot quasi noch gar nicht live. Ja und ich dachte dann auf den Bildern immer, im Prinzip wie beim Fury. Aber es ist auch im Prinzip wie beim Fury, nur halt deutlich größer. Also was so ein halber Meter Länge und 20 Zentimeter Breite ausmachen können, ist unglaublich. Also bei Booten ist es wirklich extrem, was dieser kleine Zuwachs eigentlich nur an der, Gesamtlänge und Breite an Platz innen dann ausmacht. Wir haben wie gesagt große Staufächer. Da steht hier alles mögliche rein. Ich habe jetzt hier im Moment nur Schwimmwesten drin und das Ladegerät. Ansonsten, was ist hier noch drin? Der Anker liegt hier unten noch drin. Aber hier könnt ihr die Tecke reinschmeißen ohne Ende. Das werde ich mir alles noch so sortieren wie es haben will. Wir haben hier eine fette Yaro Cells Batterie. 50 Ampere mit 24 Volt für den Motor. Den könnt ihr nämlich mit 24 und 36 Volt betreiben. Dann hat er nach dem was hier ranhängt halt auch noch mehr Power. Im Moment ist die Batterie aber auch komplett ausgeschaltet. Dann habt ihr hier vorne noch ein Staufach. Da habe ich zum Beispiel normalerweise jetzt meine Fender drin. Das ist gerade leer. Da ist nichts drin. Aber hier packe ich meine Fender rein und so ein bisschen Zeug zum Festmachen. Also Seile und so. So, was haben wir noch? Hier könnt ihr den Stuhl oben reinstecken. Stuhlsteckplatz oben. Wir haben hier einen fetten Lifewell. Also ein großes Fach, was hier theoretisch hier ist. Der Kescher, den brauche ich hier für Norwegen vor allem. Um die Seelachse und Dorsche zu keschern. Ne, das ist der Kescher theoretisch für Köderfische. Weiß nicht, ob ich mal mit Köderfisch angeln will. Ansonsten, Yoshi will sich das Boot ja glaube ich auch zulegen. Bei dem reicht es auch wirklich für seine Barsche. Und sonst habt ihr hier ein super Fach, wo ihr entweder könntet da hinten einfach zumachen und dann ist das Ding dicht. Da kommt hier kein Wasser rein. Da könnt ihr einfach noch als zugesetzliches Staufach nehmen. Oder mein Tipp, gerade jetzt im Sommer vollhauen mit Eis und dann Getränke rein. Das ist ein richtig egal. Da könnt ihr richtig eingucken lassen. Wenn da das Ding aufklappt und dann kommt schon so dieser Kältedampf kommt da raus. Wie nennt man das? Kälterauch? Keine Ahnung. Ihr wisst was ich meine. Kommt dann da raus und in den Eiswürfeln liegen die kühlen Getränke drin. Die kühlen Huawei Foods. Und da könnt ihr auch mit der Family hier Spaß haben. Zack. Vernünftige Schließen überall. Wir haben hier einen Getränkehalter. Da einen Getränkehalter. Und da hinten ist noch ein Getränkehalter. Wir haben super große Fächer für Routen. Jetzt kann ich euch gerade gar nicht sagen, wie lange die Routen sein können die da reinpassen. Aber lang. Also da passen auf jeden Fall alle normalen einteiligen Routen easy rein. Dann habt ihr natürlich wie gesagt eine Sitzplätze. Könnt ihr verstecken. Oben habt ihr einen Steckplatz. Hier habt ihr einen Steckplatz. Da habt ihr einen Steckplatz. Der hinten ist fest. Den hier haben wir extra noch auf mich angepasst, dass ich auch wirklich perfekt drin sitze, wenn ich fahre hier. Dass das alles hinhaut. Dann haben wir eine Badeleiter. Die wird einfach so. Ja, das hat sich am letzten Boot auch schon. Finde ich eine coole Sache. Weil es halt super schön klein platzsparend verstaut ist. Zack. So. Hier zwei Stufen drin, die fest sind. Und dann könnt ihr da wieder reinklettern, wenn er entweder reinfällt oder mit Absicht reinspringt. Ihr habt hier hinten auch nochmal große Fächer, in denen einerseits der Tank verstaut ist. Ja. 25 Liter sind das jetzt. Dann könntet ihr auf die andere Seite theoretisch noch einen 25 Liter Tank machen. Oder aber, ich habe jetzt hier drüben drin, einmal einen Ersatzkamister für Sprit. Ein Ladegerät. Eine große Yaro Cells Batterie für die Echolote. Das ist eine 100 Amper 12 Volt für die Echos. Und die sind damit auf jeden Fall richtig gut versorgt. Ladegerät ist wie gesagt auch noch hier unten mit drin. Ein Hauptschalter, den können wir jetzt auch direkt mal wieder ausmachen. Und dann ist hier unten in der Mitte noch die Verbraucherbatterie. Das war es hier hinten. Hier ist noch eine Luke, wo ihr an die ganzen Sachen rankommt zum Pumper. Also für die Lenzpumper und so. Auf und zu machen. Und sonst würde ich sagen, hier ist noch ein Kasten für eure ganze Bedienung. Da könnt ihr die Hupe betätigen. Finde ich richtig geil. Und Echolot drauf bauen. Ihr habt hier drüben noch ein Routenstaufach. Hier ist es für das Live Scope. Das wird auch ganz interessant dann. Mal gucken, was wir damit machen. Aber das ist, wie gesagt, ein späteres Video. Hier unten habt ihr noch ein kleines Fach, wo irgendwelche, weiß nicht, könnt ihr Tackle-Kisten reinpacken. Aber theoretisch auch Bootszugehör, was man irgendwie nochmal brauchen könnte, reinpacken. Hier könnt ihr Zangen reinstecken. Also es ist eigentlich wirklich für alles gesorgt. Der Unterschied zum Fury ist zum Beispiel noch, dass ihr hier jetzt an der Seite Teppich habt. Ihr habt hier an der Seite Teppich. Ich weiß gar nicht, war das beim Fury auch? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber die Bordwand war auf jeden Fall nicht mit Teppich bezogen. Das Boot ist halt komplett schwarz. Das war vorher auch nicht. Wir haben jetzt hinten, ganz wichtig, eine Casting-Plattform. Das ist halt eigentlich so der Hauptplatz, der dazukommt hier, den man dann extra hat. Das hat mich immer ein bisschen gestört, wenn ich vorne angeln wollte auf der Plattform. Also wenn ich auf der Plattform angeln wollte, aber hinten gefahren bin, dann war immer jemand anders vorne auf der Plattform. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also da wird immer noch irgendjemand anders drauf stehen und angeln. Aber ist mir egal. Ich kann hier hinten stehen und habe immer noch eine schön große Plattform, auf der ich hantieren kann. Motor hat auch alles drin, was man sich vorstellen kann. LED-Display am Motor. Ihr habt einfach mal eine Heizung hier drin. Ihr habt eine Griffheizung. Im Winter bestimmt geil. Ihr habt einen Treumodus. Das ist zum Schleppen, damit ihr ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer am Standgas fahren könnt. Ja, ich könnte natürlich hochklappen, dass ihr hier mehr Platz habt zum Angeln. Und sonst, ganz geil, auch ein großer Unterschied noch zum Fury. Sollte es Fury jetzt aber auch bekommen, glaube ich, demnächst. Wir haben, das sind hier die Brackets für die Fender, Fender-Brackets von Lund direkt. Ihr könnt da hier einfach an dieses Schienensystem ran machen. Ups. Und dann abmontieren. Und da geht natürlich auch alles andere ran. Es gibt auch diese Brackets von Lund ohne Fender natürlich. Also nicht als Fender-Brackets, sondern als Brackets für jedes Zubehör, was ihr da ran schrauben wollt. Das ist ein etwas größeres Teil. Habe ich auch, aber habe ich jetzt noch nicht angebaut. Und ja, das wird auch einfach hier ran gemacht. Zack. Fest. Dann ist es wirklich auch fest hier in dieser Schiene verankert. Da könnt ihr Routenhalter ran machen. Da könnt ihr Halterungen für alles eigentlich. Könnt ihr noch Getränkehalter extra ran machen. Ihr könnt Schlepproutenhalter ran machen. Vertikalangeln, tote Route, Routenhalter. Was auch immer ihr wollt. Dann sind wir jetzt aber, glaube ich, wirklich durch. Da haben wir, glaube ich, erstmal alles gehabt. Hier sind noch die Steckplätze für das Licht. Einmal fürs Rundumlicht, fürs Große und vorne ist es fürs Navigationslicht. Ja. Ram-Mount Halterungen haben wir drauf verbaut. Wir haben noch den Live-Scope an der Geberstange von Kaiser Edelstahl. Aber auch das dann in einem Video, wo es dann mehr um die Technik geht. Das war jetzt erstmal so zum Boot. Und ich muss wirklich sagen, ich bin unfassbar happy. Also wie geil das Boot einfach schon aussieht. In komplett schwarz. Auf dem komplett schwarzen Trailer. Das ist ja unfassbar. Jedes Mal wieder, wenn ich das jetzt irgendwie auf der Tour hier irgendwo an der Tanke oder weiß ich nicht, wo man ausgestiegen ist. Das Boot hat stehen sehen. Da dachte ich mir, Alter, ist das ein geiles Teil. Und ich kann euch sagen, es gibt doch hier Jeremy Fragrance. Kennt ihr den? Der erzählt immer für welche, also es ist ein Quatschkopf, aber der erzählt über Parfums. Und der erzählt dann auch, wofür er besonders viele Komplimente bekommt. Und für dieses Boot habe ich wirklich sowas von viele Komplimente bekommen. Tommi, der sich mit seinem Vater dabei war, als wir das Boot geholt haben. Der mit mir das Boot geholt hat, weil ich gar nicht fahren kann im Moment. Der ist schon fast neidisch geworden, wie viele Komplimente es gab. Und dann hat er immer gesagt, es gibt aber ordentlich Komplimente für dein Boot, dann sollen sie mal anders sehen. Aber das hat wirklich auch heute, als wir geslippt haben, der Typ fand das Boot so geil. War auch ein mega netter Kerl, der uns hier voll geholfen hat und so. Und ja, das Boot hat richtig viele Komplimente mir eingebracht. Das ist, denke ich, positiv, würde ich mal behaupten. Aber deswegen kaufe ich mir natürlich kein Boot. Trotzdem ist es eine schöne Zusatzinformation. Also gefällt scheinbar allen so bisher. An der Stelle möchte ich mich natürlich auch nochmal bei Bootssport Gref bedanken, die das Ganze möglich gemacht haben, klar gemacht haben. Mercury Marine hier, wunderschöner Motor dazu. Garmin, absolut geile Geräte, was ich bisher testen durfte, war ja noch nicht viel. Aber da wird sicherlich noch einiges kommen jetzt in Zukunft. Und ich freue mich, wie gesagt, schon mega darauf, mit den Garmin Leuten auch mal aufs Wasser zu fahren und alles nochmal wirklich ins Detail zu gehen und bis ins Detail erklärt zu bekommen. Und danke auch an euch alle, die natürlich überhaupt all diesen ganzen Kram hier möglich machen. Also immer, wenn ich jetzt hier so größere Neuerungen gebe, wie zum Beispiel so ein Boot, dann denke ich mir immer wieder, ohne euch ganzen Zuschauer wäre das nicht möglich. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video, wo wieder geangelt wird. Checkt mal Bootssport Gref ab, wenn ihr Interesse habt. Mein Boot, wie gesagt, was ich vorher hatte, das Fury, was auch ein sehr schönes Boot ist. Das steht im Moment jetzt bei Bootssport Gref in Speyer. Checkt das auch ab. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.